So, hallo und willkommen zum nächsten Part. Ich habe den Sound vom letzten Part nicht kontrolliert, obwohl ich das eigentlich machen wollte. Mach ich dann nach diesem Part. Also wenn der Sound scheiße ist, alle Speedy schuld. Erstmal Speedy, wie kannst... Speedy ist schuld an allem in dieser Welt. Wann verstehen es die Leute endlich? Globaler Wärmung ist meine Schuld. Nämlich an Donald Trump, der einfach alle Probleme von Amerika auf die Immigranten schiebt. Donald Trump sollte mal echt den Grund für alle Probleme finden. Speedy! Alles Speedy. Speedy ist schrecklich. So, wir sollen den Kokainvorrat zerstören. Anders gesagt, sniff so viel du kannst. Äh, was? Speedy der Schreckliche. So. Funfact, Ivan der Schreckliche hieß gar nicht Ivan der Schreckliche. Er hieß Ivan Grozny, was sich so viel übersetzt wie Ivan der Strenge. Kleiner Funfact nebenbei. Ja, das ist die bessere Frage. Ah, benutzen. Hier ist ein großer Knopf. Ich bin schon drin. Äh, nein. Ich bin hier. Achso, ihr seid wahrscheinlich bei dem anderen. Ah, Granate. Zerstören. Ops, Ops. Ops. Ist jemand wieder dabei Suizid zu begeben? So ein bisschen. Letzt dauerts Weg. Kann ich, bitte? Willst du mitfahren? Ne, ich fände gleich da. Okay. Ich habe alles zerstört. Also überfahren musst du mich ja trotzdem nicht. Habt ihr wieder Spaß ohne mich? Ja, vier. Oh, mission complete. Yo. Okay. So. Weiterfahren. Ne, warte, am anderen Ende gibt es Fertigkeitspunkte. Wo ist ich? Wo? Äh, Phoenix, hast du meine Markierung? Ja, ja, der B-Punkt. Der andere ist längst, der Gegner, der Turm. Egal. Äh, welcher Turm? Achso, der Turm. Und der Turm, und der Turm, und das Gebäude, und überall. Wo? Und überall. Und überall. So, wo gibt es Fertigkeitspunkte? Ich glaube, über uns. Ja. Wie konnte man nochmal die Perspektive wechseln? Ah, mit mittlerer Maustaste. Yep. Ich würde das voll irritieren. Was? Die ganze Zeit die Perspektive zu wechseln. Ich finde es voll irritierend, dass er dauerhaft die Perspektive von allein wechselt. Das ist, glaube ich, wenn du an eine Ecke rangehst, oder? Ja, aber danach bleibt es so, und das finde ich voll störend. Ich bin es gewohnt, über die rechte Schulter zu gucken, und der wechselt die ganze Zeit zur anderen Schulter. So. Ach, soll er halt. Äh, wo gab es den Fertigkeitspunkt? Ach, da. Oben auf dem Dach. Ja, mir sagt ja nie jemand was. Hab ich schon gedacht. Ich bin ja nur der letzte Pläger hier. Ich nehme mir das nur alles auf. Ich habe gerade mein Mikro angeschmuckt. Nein, 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 ich wollte die Vorräte. Ich finde es scheiße, dass das nicht aufgeteilt wird mit den Vorräten und so. Nein, dann hätten wir schon alles, weil Phoenix. Eigentlich, ja gut, es ist wahr. Oh, wie gerne eine Granate. Nein, Hubschrauber, nein! Ich hätte doch Luke mit... Okay, wer von euch hat den Hubschrauber in die Luft gejagt? Der legt noch, der ist noch gut, aber der brennt. Der ist nicht mehr gut. Okay, ich hab geblendet. Zeit für meine Special Skills. Oh, hier liegt ganz convenient ein Helikopter rum. Wie kommt der denn dahin? Ich kriege das Phoenix on the rescue. Äh, wo zur Hölle ist... Wo seid ihr? Wo ist ein Helikopter? Ich okay. So. Ups. Da war ja einer. Ja gut, ne? Wie wär's, Leute? Die nächste Mission versuchen wir wirklich Stealth. Das heißt, nicht reinrennen. Einer macht die Drohne, die anderen beiden flankieren. Und vor allem keine Explosiven Drohnen. Weil du musst zugeben, das Ding ist cool. Ja, das Ding ist cool, aber nicht für Stealth. Ich möchte das Spiel spielen, wie es gedacht war. Ich werde hier von den Leuten gemobbt, Leute. Die sind alle böse zu mir. Ich suche neue Zuschauer. Äh, neue Zuschauer. Neue Mitspieler für Ghost Recon Whitelands. Bewert euch in den Kommentaren. Und neue Zuschauer. Ist ein enorm beleidigt Zuschauer? What's up? Ich hab ja euch beleidigt. Hui. Was ist, wenn wir Zuschauer sind? Ihr seid wahrscheinlich die einzigen Zuschauer, die ich habe. Und Luke. Hallo Luke. Nett wie immer. Ja. Obwohl, ich will Luke eigentlich gar nicht grüßen. Er verdient es nicht. Hallo Luke. Was ist eigentlich der Punkt B? Gibt es da irgendwas Großes, Besonderes? Keine Ahnung. Versionsunterloggen. So, dann landen wir jetzt hier vor. Genau neben den Gegnern. Perfekt. Ops. Das war nicht so geplant. Ich wollte eigentlich meinen Fallschirm, ey. Möch. Wir waren ein bisschen tief. Ja. Ja, hab ich auch dann gemerkt. Bin nicht so schön. Ach, hier soll ich auch ganz nah. So, Leute. Jetzt versucht mal, nicht alle zu erschießen. Hab einen. Ooooooooh. Der war einzeln und rein. Einsam. Spee. Und Nummer drei. Spee? Ja. Was hast du gerade gemacht? Einen getötet. Ganz einsam und allein war. Damit du es nicht... Geh zurück in die Ecke mit dir. Die haben einen Mordtag. Das ist schon... Mörser eigentlich. Ach, ne. Speedy, du verdienst es eigentlich echt, aus dem Spiel ausgeschlossen zu werden. Was hab ich denn jetzt schon wieder angestellt, hä? Du hast jemanden getötet. Ja? Man tötet keine Menschen. Doch. Was? Menschen töten ist verboten. Ich hab was in der Gesellschaft falsch verstanden. Mein Fehler. Das ist ein Spiel für den Pazifismus. Wer hat jetzt schon wieder dafür gesorgt, dass wir gehuntet sind? Speedy, der hat den Schuss verkackt. Ja, das geb ich zu. Du musst vorsichtig sein, dass der Typ am Mordtag nicht... Dass da niemand rangeht. Ihr habt nichts gesehen. Das waren die zuvorgerichtet. Aber du hast nichts verkackt. Nein, nein, nein. Ich hab nichts verkackt. Ihr habt verkackt. Ihr verkackt immer. Ich bin der Gute. Ach, verdammt. Ich bin der Let's Player. Ich bin der Beste, den es gibt. Okay. The best man alive. Alle tot. Naja, nicht ganz. Da hinten sind noch zwei. Die wollte ich vorher schon ausschalten, aber der durfte ich ja nicht. Als ob du dich an sowas gehalten hättest. Ein explosives Fass. Muss anschießen. Der eine ist weg, der andere auch. Äh, Vorräte nötig irgendwo. Au. Der hält echt nix aus von der Höhe. Der ist gerade mal 20 Meter gefallen. Mein Gott. Was ist denn das für eine Pussy? Ist er denn nicht gerade bei Stärkung gekommen? Was? Ist da Verstärkung oder was ist da auf der Straße? Ich sehe da so einen orangenen Punkt und du bist irgendwie am Rumpfpasten auf der Minimap. Da war noch einer. Wo ist der? Da ist noch einer. Ja, da vorne stimmt. Yo. Also Sandro, hier kannst du ein PC hacken, dann geht es mit der Story weiter. Oh, das ist der Sniper. Okay. Dann mache ich jetzt coole Hacker-Skills. Yo. Einfach Handy auf den Laptop legen und alles läuft. Jetzt kommt Verstärkung. Boom. Phoenix? Phoenix? Was hast du jetzt wieder gemacht? Ihr seid echt schrecklich. Das Auto brennt nicht. Ist eine Lüge. Ihr seid echt beide sehr, sehr schrecklich. Ich will Munition. Danke. Oh, ich sehe, was ich hier benutze. Oh nein, wir haben das Auto mit der Waffe oben drauf kaputt gemacht. So ein Mist. Oh, da ist ja noch eins. Wie kommt das denn da hin? Oh, das waren Rebellen. Ups. Habt ihr nicht gesehen? Phoenix, du hast mir immer noch nicht gesagt, welche Stufe bist du? Achso, äh... Ich vererreicht. 20. Warum bin ich Stufe 20? So viel habe ich... Ich habe auch keine Story gespielt. Weil du so viel gelevelt hast vielleicht? Ich bin einfach die ganze Zeit umhergefallen und habe Sachen eingesammelt. Und ihr fragt euch, warum ich so Probleme mit Aggressionen habe, Leute. Und ihr fragt euch, woher meine Aggressionen-Problem kommen. Ich sage es euch. Von solchen Menschen. Speedy, was machst du denn für eine Scheiße? Wegen dir ist jetzt Phoenix Level 20. Mann, Speedy. Ich verkeh' dich noch weiter aus dem Zocken. Sind das da hinten Rebellen oder Gegner? Das sind Rebellen. Okay. Wo geht's überhaupt hin? Äh... Moment, ich schau grad. Ganz, ganz in Rendi. Aber hier werden Missionsunterlagen. Mit Waffenteile. Sollen wir da rein. It's raining bullets. Hallelujah. It's raining bullets. Ui. So lange du nicht wieder mit diesem komischen anderen Lied anfängst. Ah, dieses mit diesem... Ich kenne ein Lied und das geht jedem auf die Nerven. Genau das. Jedem auf die Nerven. Phoenix. Jedem auf die Nerven. Phoenix. Ich kenne ein Lied und das geht... Schaut einfach das Radio ein. Wehe. Warte, muss es überhaupt... Wenn ich wegen euch einen Copyright Strike kriege, dann seid ihr tot, Leute. Dann seid ihr echt tot. Versuchen wir es. Genauso wie der Zivilist da hinten. Der ist jetzt auch tot. Wegen euch. Erinnere dich dran, wenn du drei Zivilisten tötest, ist Game Over. Wenn du das Radio anmachst, ist es für dich Game Over, Dude. Da kannst du nicht, dass du den Karnatwerk verwechseln. Stimmt. Das ist gemein. Äh. Radio 1. Wo fährst du eigentlich lang, Phoenix? Zum Punkt. Ich fang. Ich nehme keine Straßen. Abkürzung. Jetzt will ich sehen, wie du da längst hochkommst. Ja. Okay. Da ist... Mit dem Fahrzeug ein bisschen schwierig. Ich mache Stealth. Ich finde es so super, wie die ganzen Kugeln am Horizont da runterfallen. Wenn man in die Luft schießt. Seht ihr das? Ja, ja. Illugent, wo da hinten tötet ich gerade ganz viele Zivilisten, die von meinen runterfallenden Kugeln getroffen werden. Jep. Die Gründe von den sterbenden Zivilisten. Und heute, Linda? Aufhören zu schießen. Da vorne ist ein Gegner. Wir wurden schon suspektet. Äh. Oh. Weg ist er. Wir können... Okay. Also es sind noch weitere. Nützern so. Ich gehe hoch auf den Felsen und mache Sniper Action. Können wir doch die Drohne losschicken? Ne, ich guck mal nach den Leuten. Die Drohne erledigt ihr. Jajau. Zeit für ein Gespräch über seine Berufswahl. Da ist noch einer. Ah, okay. Nicht den Typ umbringen mit dem komischen grünen Symbol auf ihn. Nicht. Den Typ brauchen wir noch. Wir wurden gehuntet. Okay. Was? Mir hat was getan. Wir kommen alle weg. Ups. Ich habe irgendwas ange... Ups. Fuck, 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 fuck. Da ist der Typ, 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 da ist der Typ. Dann müssen wir verhören, oder wie? Ja, 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 ja. Gehen einfach zurück. Hab ihn. Hätte ich nicht verhören sollen? Dann hör einfach zu. Ja, das letzte Mal ist einfach noch so ein Update für die Rebellen. Ich kann nicht zuhören, das weißt du. Ich hör doch gut. Achso. Einfach live sein. Achso, das ist einfach nur so zum Verhören gewesen. Ja. Jo. Boah, ich dachte, das ist Story. Nein. Ich wollte schon angepisst sein, dass ihr mir wieder Story geklaut habt. Ach, da war ja noch jemand. Da hält den PC und sei glücklich. Das ist kein PC, der hat einfach nur ein paar Fotos gemacht. Achso, ich dachte, das wäre ein PC. Warte, 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 was ist denn der Typ? Jo, ich sehe es. Und das andere, was sieht der natürlich? Was denn? Informationen zu Sachen in der Nähe. Wut? Wut? Ja, die Akte, die ich gerade fotografiert habe. Achso. Falt das. Nein. Ich sehe hier irgendwo Verpflegung. Aber ich glaube, das ist hier oben. Markieren wir den nächsten Punkt, Speedy. Anbauteile, bitte. Okay. Ich kann jetzt Anbauteile an meine Waffen dran bauen. Wow, das ist alles im Norden. Das sind vier? Also nee, es geht schon. Äh, nach da. Nach da, nach da. Da ist... B. Weit im Norden. Ah, da, okay. Das ist Coca-Paste-Factory. Genau. Fünf Kilometer entfernt. Jo, dann haben wir ein bisschen was zu fliegen. Soll ich euch ein Liedchen singen? Nein. Ich kenne dein Lied und das geht jedem auf die Nerven. Hier läuft in der Nerven. Das wäre nochmal ein Mute. Was hast du... Hast du nicht gerade Jude genannt? Was? Was? Wie kann man jemanden muten? Was soll ich auch verstanden? Was ist das? Geil, ich wollte schon sagen, Speedy, was ist denn mit dir los? Ich weiß Jude. Sandor hört nur das, was er hören will. Leute, Leute, das hat der gesagt. Nicht ich. Ich benutze solche Wörter. Oh nein, 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 nein. Oh nein, die haben ein Raketenabwehrsystem. Oh scheiße. Das geht nicht gut, das geht nicht gut, das geht... Dann Rund springt raus, obwohl wir weiterfliegen können. Ich hatte den Fall schon gerade am öffnen. Sorry, ich wollte ganz cool sein. Okay, dann fliege ich jetzt runter und erledige alle und schalte das Raketenabwehrsystem aus. Und dann hier so... Wir sind schon weg. Ich hasse euch. Du kannst Schnellreise machen. Kommt ihr doch nicht. Ich glaube, dann hat es aber auf dem Boden. Egal, jetzt kommen wir zumindest weg. Ihr seid so scheiße. Ich wollte so eine richtig coole Aktion bringen und ihr... Ihr zerstört alles. Ihr macht dieses Let's Play scheiße. Hab ich nicht gesagt. Und du nicht? Hey, ich trage dazu bei, damit es qualitativ hochwertiger ist. Ich sehe euch. 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 Oh nein. Ich sehe euch jetzt so schnell. Das ist ein verdammter Heli. Ja, das ist ein Helikopter. Wenn du auf den Rotor schießt, dann fängt er ein bisschen... Dann fängt er nicht an zu... Oh, er macht schon komische Geräusche. Ich bekomme schon Warnmeldungen, dass er gleich abstürzt. Ah, Sharon. Du kannst doch irgendwie einen beschwören. Ja, das geht sowieso. Ich kann alle 60 Sekunden einen Helikopter beschwören. Und ich war nicht bei der Hälfte aller Gebiete drin. Ich glaube, wir hätten echt lieber Luke wählen sollen. Ach, Mann. Da unten ist ein Helikopter. Wollen wir den schnell kapern? Nein. Okay. Wir landen jetzt hier. So, ich versuch's nochmal. Äh, fahnd runter. Da vorne müssen wir halt hin, ne? Du fliegst in die falsche Richtung. Ups. Hey, natürlich ist hinter uns jetzt genau ein... Oh, ein von diesen scheiß Konvois. Natürlich. Jetzt hofft er. Ja. Hi. Und deswegen sind wir jetzt besuspected. Naja, wenn wir die erledigen, sind wir es ja nicht mehr. Also, ich sehe da bloß ein Auto, das weiterführt. Äh, dahinter. Der kommt gleich. Ja, ich sehe da so ein paar orange Punkte. Tango ist tot. Na gut, ich ignorier den einfach mal. Wir sollen alle Öfen und Mischmaschinen zerstören. Hm. Yummy. Ich hab jetzt richtig Bock auf irgendwas Gebackenes. Fisch. Backfisch. Oh, ich weiß noch. Hier, Keygabs Collective ist, die waren richtig Krebs zusammen, ohne die Mission zu triggern. Ach, ja, die... Man sollte dir die Hände abhacken dafür. Naja, wenn du nie die, ähm, Missionsunterlagen sammelst, dann kannst du die Story gar nicht mehr holen. Doch, 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 doch. Wenn du, sobald du dich den Gebieten näherst, bekommst du das auch. Ach so, okay. Hier sind viele Zivilisten. Ja, das Lautsprecher. Wie gesagt, hier sind viele Zivilisten. Ja, ist egal. Ach laut, was hältst du schon die Aktivität? Ja, ist egal. Sind ja nur ein paar Zivilisten. Die kommen wir mal töten. Oh, da steht kein Sniper. Da ist ein Sniper. So, der eine ist weg. Warte, da sind noch Gegner in der Nähe. Scheiße. Unidat fährt vorbei, wer auch immer auf der Straße ist. Ups. Nein, 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 nein. Oh Gott, wir reden alle durcheinander. Warum mag Unidat uns nicht? Sind die nicht die Guten? Kurze Erläuterung. Unidat ist die korrupte Polizei von Bolivien. Die wurden von dem Drogentypen, ich hab grad den Namen vergessen, Hauptstory, Plot on Point, die wurden den so, die haben die erpress, die haben praktisch die Regierung gekauft, letzten Endes, und damit auch die Polizei. Und haben die da so ein Abkommen gemacht, dass die sich nicht gegenseitig angreifen. Ich hab grad jemanden getötet, während der Liegestütze gemacht hat. Bin ich ein Arsch? Aufpassen, Unidat, wie auch immer da drüben ist. Sandron, bei dir. Okay, ihr seid da hinten, oder zumindest Phoenix? Joa. Ich erkundig auch von der Seite, weil meine Drohne nicht so weit geht. Oh fuck. Rebels are attacking. Danke Rebellen, dass ihr Unidat angreift. Dankeschön. Deswegen ist jetzt Unidat unalert. Ja, wow, super. Wird immer besser. Unidat ist richtig stark, oder? Unidat ist stärker als Santa Blanca. Ja. Sind dort gepoundert. Ja, die Rebellen machen, was sie wollen. Du kannst es zu deinem Vorteil nutzen, indem du sie rufst. Äh. Kannst. Hm. Irgendwie hab ich das Gefühl, wir können nicht wirklich gut Stealth spielen. Ne. Also im ersten Gebiet ging es mal. Ein Gebiet lang. Äh, eine Mission lang. Joa. Also halbwegs. Pass auf, pass auf, dass mir jetzt der Zuglinchen entgegenkommt, wenn ich auf den Gleisen rumlaufe. Och ne, jetzt kommt da noch so eine Patrouille. Äh. Fuck. Äh, ich wechsle kurz die Waffe zu. Fuck, von wo schießen die denn alles? Mein Gott. Von hinten, von vorne, von rechts, von links, von oben, von unten. Da liegt der noch. Oh, Saneron. Ja, ja, ich war es mir gerade so gemütlich. Ach, der Zug ist da. So, Helikopter. Zeit runterzugehen. Tschüss. Da ist der Zug vorbeigefahren. Ja, hab ich gerade gesagt. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich wiederbeleben könnt. Ja, ich versuch's, ja. Aber ich konnte nicht vorbei, weil der Zug da in dem Moment gefahren ist. Und jetzt hat mich Unidabs gesehen. Sehr schön. Wird immer besser. Und... Sowas wäre mir nicht passiert. Und, Speedy, wie geht's dir so? Ach, ich... ich... ich bewundere den wunderschönen Sternhammer. Also, es ist glaube ich nicht so optimal, dass ihr zwischen 5000 Unidat-Typen steht. Ey, ey, Speedy, mein Rücken juckt ein bisschen. Kannst du kurz kratzen? Nee. Ihr seid ja sowieso schon tot, ne? Ich meine, der Linker... Nimm mal du vielleicht deinen Fuß aus meinem Holz. Äh, bei mir... ist mein Fuß nicht in deinem Hals. Also, bei mir schon. Äh, hallo, ich will bei Phoenix. Äh, ja, 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 oh Gott. Okay, ich spawn gleich bei Phoenix. Und dann mache ich coole Action. Naja, nicht direkt. So zwar noch mit dem Fiend. Ja, ich mache jetzt dennoch coole Action. Während ihr alle ablenkt, kümmere ich mich um die Mission. Äh, nö. Mit Pistole. Ich bin Hardcore. Weil ich auch gleich tot bin. In sechs Sekunden. Warte, ich bin gleich da. Ja, das spielt aber keine Rolle. Dementsprechend. So war Freespawn. Stimmt. Also, bloß. Da ist noch einer neben mir. Äh. Ich bin jetzt voll Hardcore und mache die Hauptmissionen, während ihr da beschäftigt seid. Leicht aber uns, äh, schimpfen, weil wir die Story machen. Ich bin der Let's Player. Ja, und das ist auch nichts besser. Funden. Von mir aus. Dann unterstütze ich euch gleich von oben. Gleich nachdem ich mir ein paar Sachen hier gesnackt habe. Hallo. Ah. So, Nachschub. Mehr Unidot und ein Hubschrauch. Ach Gott, ey. Sehr schön. Oh fuck. Wird man Unidot auch wieder irgendwie los? Ja, weglaufen. Wow. Ja, ist da nicht. Okay, ich kümmer mich, aber warum den Heli die ganze Zeit? Hol den die ganze Zeit mal runter. So. Okay, der Heli hat mich. Der hat mich im Visier. Heli, du bist scheiße. Sehr. Back Heli. Push. Okay, wo war der Hauptmann? Tschüss, Heli ist weg. Phoenix, halt. Ja. Ja. Da ist aber einer drinnen. Rechts. Aber jetzt. Nicht mehr. Das spielt keine Rolle. Okay, ich muss hier runter. Jetzt schaut er raus. Jetzt spielt es eine Rolle. Meine Fresse. So. Ich umrunde hier jetzt alle und versuche von hinten zu kommen. Wir sind drinnen. Die anderen kommen von hinten. Ach, da oben. Er ist erledigt. Wo ist dann noch eigentlich abgebrochen? Ich bin hier hinten. Wir haben Verlust. Ich flankiere. Ich bin gestorben. Oh fuck, Unidot. Pass auf. Die kommen von hinten rein. Vorsicht. Ich schalte dann ab. Wir haben Verluste. Ich habe hier gerade selbst mit Unidot zu kämpfen. Schande. Phoenix, du hast doch sicher einen super Skill, um alle zu töten. Ja, so Feuerregen oder so. So im letzten Moment ist du ein Selbstmordattentäter. Okay. Oh fuck. Ich bin tot. Ich musste nachladen und da waren ganz viele hinter mir. So, jetzt können wir es selbst probieren. Ja, jetzt können wir es selbst probieren. Aber der Part ist zu Ende. Also, Phoenix, mach du den Abschied. Tschüss.